Your Gaming Specialist with Killer Prices Zuhilfe da Und ich hatte einfach keine Wo ist denn dieser Und ich hatte einfach Keine Zeit mehr Und als ich wieder da war War ich noch vorher in Berlin Und hatte dann Irgendwie danach auch gar keinen Weil ich war irgendwie die ganze Nacht am Drehen Und hatte dann keinen Bock mehr aufzunehmen Dafür gab es aber einen Livestream Ich weiß nicht wer von euch mit dabei war Daher sage ich immer Kommt gerne auch immer in den Livestream rein Und gönnt euch Denn der letzte Livestream da war auch super Ich fand den geil Von daher Viele glauben ja auch Dass man fürs Followen auf Twitch bezahlen muss Aber das stimmt ja gar nicht Also man nur fürs Abonnieren Von daher immer gerne auf Twitch mal vorbeischauen Sage ich jetzt hier an dieser Stelle auch Der Hadi heiße ich da Also schon vorbeikommen Wir sollten ihn weiter abfüllen Wollen Sie mich umbringen? Na bitte Der bewährte Katerkiller von alten Horten funktioniert immer Bäm Warum blümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei Unvorstellbar Unvorstellbar Unbegreiflich Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war Ist ein guter Kerl Max Hass? Meine Brüder und Schwestern Meine Brüder und Schwestern Hört mir zu In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel Wie geplant in der Jimmy Carver Show auf live aus Hollywood Kalifornien Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen Infiltrieren wir den Ausmerzer Schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowitsch von der Venus mitgebracht hat Es ist nur ein Wort Valhalla Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten Gut, Sie können jetzt gehen Regime-Flittchen Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie Grace! Was? Ich bin kein Regime-Flittchen! Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustimmen, wenn ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger Menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung! Okay, verstanden, Sie gehören nicht zum Regime! Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du voll Idiot! Und es tut weh! Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst! Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen, weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein! Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben! Und du kannst nichts dagegen tun! Sie kommen! Was? Ich geh ja schon, okay? Niemals! Bleiben Sie! Sie kommen mit uns! In Ordnung, Sig! Sie sind die Expertin, erzählen Sie! Wir müssen uns schnell und niedrig annähern! So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt! Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen! So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben! Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfolgt! Ist ja schon ein bisschen geil, dieses Flugzeug, ne? Also dieser Hubschrauber! Weil, äh... Ey, ey, ey! Na schon! Warte, William! Ja, prima! Bewegt sich so ein bisschen wie so ein Vogel, ne? Also die Vögel lassen sich ja auch dann so fallen, wenn sie so einen Bogen machen, legen die Vögel an, das ist schon ganz geil! Ja, ist in Ordnung! Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach ein bisschen Stress! Haben wir schon lange nicht mehr! Ja! Boah, siehste, das war's nämlich schon! Absolut kein Problem! Munition können wir nämlich hier aufsammeln und Rüstung! Es gibt drei Odin-Leitstände auf dem Ausmerzer! Ja! Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme! Der Hugen-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munen-Leitstand die Steuerbordverteidigung! Und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst! Verstanden! Wie kommen wir dort hin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugen-Leitstand öffnet! Die anderen Bereiche des Schiffes sind von ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen! Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja! Warum? War voll witzig! Okay, also bewegen Sie einfach alle KI-gesteuerten Figuren hier ihren Mund! Okay! Ja, kann ich machen! Kein Problem! Wo muss ich denn hin? Jetzt genau! Oh! Da vorne! Geil! Wer ist er denn da hinten? Ich meine, ich bin ja schon mal hier gewesen! Damals! Aber... Oh! Okay, den hat's direkt weggehauen! Na, dann können wir ja auch direkt so weitermachen! Oh, 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 oh! 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 Wir sind weg mit dir! Okay, ich glaube, das waren Sie alle, oder? Noi1! Haha! Ihr kommt da aus deiner Deckungshaus. So. Ich glaub, das müssten sie jetzt gewesen sein, oder? Ich meine, ich kann die Deckung komplett schmelzen lassen. Oh, dann komm ich hier nochmal nachladen! Kein Ding. Dauert natürlich dementsprechend länger, das Ding aufzufüllen. Ich meine, so ist es ja nicht. Aber mit dem Teil macht man dann halt dann schon mal kurz einen Prozess jetzt. Erstmal alles aufsammeln, was wir hier an Uni finden und an Rüstung. Ich habe nämlich, glaube ich, schon gerade echt ein paar Hits abbekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß irgendwie, gerade hier bin ich nicht so ganz sicher, wo ich irgendwie immer hin muss. Was ist das denn? Achso, das ist wieder so ein Feuer-Terminal. Ähm, da! Okay. Alles klar. Guck mal da. Machen wir den nochmal weg. Ja, komm, scheiß jetzt aufs Schleichen, Alter. Warte. Okay, und jetzt hier hoch vermutlich. Also schätze ich jetzt jedenfalls mal. Da ist noch Leben. Hier können wir auch noch lang, glaube ich. Aber in die andere Richtung war auch noch was. Also da. Achso, da kann ich nur holen. Achso, das ist nur zum Schleichen. Na gut. Okay, verstehe ich. Ja, das brauchen wir ja nur nicht. Das brauchen wir ja nur nicht. So, wo komme ich jetzt raus? Ja, 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 ja. Ja, ja. Munition einsammeln. Oh. Oh, der könnte mich sehen. Aber tut er nicht, weil er dumm ist. Okay, kein Ding. Weißt du, er steht einfach hinter der Glasscheibe und ihn juckt es einfach null, weißt du. Okay, ich glaube, das war's schon, ne? Mehr liegen hier offensichtlich nicht rum vor den Typen. Oder stehen rum. Ähm. Ja. Okay, ich glaube, ich nähere mich aber lieber hier unten durch. Macht für mich mehr Sinn. Okay. Aha. Ja. Okay, ich glaube, das hat irgendwie nichts gebracht. Nein, das hat nichts gebracht. Hä? Hä? Aber, ähm. Nee, das bricht mir nichts. Das Problem ist, oh, er wird mich bemerken. Kann ich eigentlich da durchschießen? Kann ich da durchschießen? Leck mich am Arsch. Es geht wirklich? Ich kann wirklich... Versuch die Umgebung. Okay. Er wird sofort Alarm... Alarm rufen. Nee, willst du nicht? Papiss dich, du scheiß Köter. Mein Abgang. Oh, oh. Oh, der ist groß. Warte. LOL. Wie er einfach instant explodiert ist. Irgendwann... Habe ich direkt seine Dings getroffen? Seine Munitionsvorräte oder seinen Tank? Alter Schwede. Oh, ja. Die Waffe hat mir letztes Mal schon so unglaublich gut gefallen. Weil die ja dieses Schnellfeuer hat im Anlegemodus. Warte mal, da muss da noch einer. Boah, ich liebe diese Waffe. Es ist so geil. Da muss noch einer. Ich glaube, er weiß nicht so richtig, was er tun soll. Da, jetzt habe ich ihn gezogen. Okay. Okay, ich glaube, es ist verwirrt. Wo muss ich denn hin? Freunde, wo muss ich hin? Hier runter? Really? Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da. Irgendwo. Hier ist hier ein Terminal, wo ich was eingeben muss. Hier. Ach. Ey, warte mal. Nein, nicht gut. Er schießt auf mich. Nein. Nein. Ja, wie dumm ist das denn? Wie sich das einfach nicht abbrechen lässt. Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Weißt du, die ganze Zeit spackt der Typ da oben rum. Weißt du, und wenn ich dann ankomme, dann passiert da gar nichts. Was ist denn das jetzt für eine Kacke gewesen? Oh, jetzt darf ich das nochmal machen. Uncool. Vor allem sind die Typen jetzt auch wieder hier. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, Schuss. So ein Scheiß. Ich hätte den Typ da oben einfach wegmachen sollen. Okay, also da oben ist auf jeden Fall einer gewesen. Oh, da ist der scheiß Köter. Okay, den Köter hat es schonmal erledigt. Der wird mich schonmal nicht mehr nerven. Da ist... Ist das der Fette? Tatsache. Warte mal, ich könnte jetzt raussprinten und instant den, äh, Ding ins Umlegen. Komm, das mach ich jetzt. Was braucht. Warte. Ja, bumm, bumm. Jawoll. Instant gekillt. So läuft das nämlich. Alter. Oh, der steht immer noch. Oh, der frisst aber auch, ey. Mein Gott. So, waren das jetzt alle? Ne, da oben ist schon wieder dieser komische Spast. Der steht die ganze Zeit da oben rum. So, jetzt aber Feierabend. So, jetzt mit mir wieder schön die Waffe. Und die Munition. Jetzt gebe ich den Scheiß an. Mal sehen. V-A-L-A-A-L-L-A. Wallala. Achso, das war... Gut gemacht, William. Die Wackbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Okay, das ist natürlich schön. Ich will aber nochmal ganz kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwas rumliegt, was ich mir noch mitsnacken kann. Aber offensichtlich nicht. Aber ich möchte trotzdem die Waffe haben. Weil ich wette mit euch da... Irgendwer wird sich mir nämlich noch in den Weg stellen. Und da will ich vorbereitet sein. So, Moment. Da habe ich jetzt nach... Ah, siehst du, da sind nämlich schon wieder zwei Kommandeure. So, soll ich kriechen oder soll ich nicht kriechen? Ach Gott. Bum, bum. Ja, Mann. Sorry. Oh, lol. Ich habe den... Ich habe den tatsächlich getroffen. Ja, sollen sie mal rankommen, ja. Ja. Soll, von hinten. Ja, kommt noch mehr. Ja. Boah, ich liebe dieses Teile. Ist einfach so hardcore. Oh, keine Munition mehr. Okay. Okay, machen wir es. Dankeschön. Hat der nicht noch eins gehabt, hier? Der hat doch auch so eine Waffe gehabt. Ja, siehste, sag ich doch. Nice. Aber ein bisschen Rüstung wäre ja auch mal nicht verkehrt, ne? Na gut. Okay. Sammeln wir hier den Code auch noch ein. Ne, 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 ne. Ich will nicht den Laser strahlen. Ich möchte bitte das Teil haben. Ich finde das nämlich sehr geil. So. Wäre natürlich Hammer, wenn wir das auch Akimbo tragen könnten. Aber man kann natürlich nie alles haben. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Ja. Ja, aber in welche Richtung muss ich? Ah, da. Hä? Ach so, nicht. Ach, ich bin jetzt wieder hier. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Bumm. Ah, Freude, rumpallern, macht in dem Game. Also, ich meine ganz ehrlich, schleichen, schön und gut. Das ist geil. Das macht Laune. Aber es geht doch nix darüber, richtig schön rumzuballern in dem Game. Ich meine, das ist natürlich absolute Ubersahne. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Oh. Ah. Oh, da. Ja. Okay, und jetzt? Okay. 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 Mach ich. Kann ich meine Waffe mitnehmen? Nein, leider nicht. Schade. Lagerlich. Schade. Was habe ich denn deine Hand? Das ist mein Gewehr. Ich liebe dich, William. Oh, Mann. Ich habe... LOL. Was? Nein. Was kann ich tun? Er ist oben drauf. Oh, oh. Okay, ich habe ihn weggemacht. Habe ihn weggemacht. Kein Ding. Und jetzt? Ich muss hier raus, ne? Ja. Alles klar. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie noch sterben wird. Wo? Ach, da. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Geh mal weiter zum Odin-Hauptleitstand. Gedöns Kirchens. Ach mal, da ist noch einer. Ich rede hier. Oh. Boom. Boom. Das ist natürlich dumm gelaufen für dich, ne? Ah, okay. Du machst auch ab. Oh, Gott. Lol. Der lebte noch. Scheiße. Ich brauche jetzt noch eine Waffe. Wo ist der denn? Alter. Wo ist der hin? What the fuck? Oh. Aua. Ich sterbe. Jetzt muss ich aufpassen, sonst gehe ich nämlich drauf. Da ist da noch einer irgendwo, oder? Da. Oh, scheiße. Munition leer. Okay. Warte mal. Läuft. Er checkt es irgendwie überhaupt nicht. Okay. Warte mal. Der lebt aber trotzdem noch, oder? Steht der wieder auf? William, ich lehre mich dem Odin-Hauptleitstand. Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerboss-Verteidigung deaktiviert hast. Oh, ich brauche unbedingt Rüstung. Alles. Was ist das jetzt hier? Okay, irgendwas... Was macht das Teil? Macht das Teil irgendwas, was ich nicht will? Okay, ich glaube, das Teil wird gleich irgendwen wieder da rausholen. Ich glaube, da sind irgendwelche Viecher drin. Nein, gar nicht. Ich glaube, ich muss hier unten lang. Ich glaube ja. Kann ich hier durch? Lol. Wenn ich das Ding habe, dann kann ich da nicht durchbrechen. Moment. Warte mal. Tatsache. So läuft das aber nicht. Oh, nö. Scheiße. Warte mal. Warte, ich will das Ding wieder haben. Moment. Lol. Jawohl. Ey, nein. Jetzt bin ich draufgegangen. Oh, wie uncool. Wo starte ich denn jetzt wieder? Wahrscheinlich. Ja, alles klar. Liebe Freunde, machen wir hier nächste Folge weiter. Vielen Dank fürs Eintelten. Und damit bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi.